13. August 2001 Mutter Gottes Meine lieben Söhne und dein Kinder, Als eure himmlische Mutter und als Gottesmutter stehe ich euch bei, um euch auf eurem Weg zu Gott zu helfen. Immer wieder mache ich euch auf das Gebet und auf die zur Söhne erforderliche Opferbereitschaft aufmerksam. All dies sollt ihr jedoch aus Liebe tun, um dadurch den heiligen Willen Gottes zu erfüllen. Bemüht euch, in allem das rechte Maß zu halten. Jesus verlangt von seinen Nachfolgern keine Opfer, die ihre Kräfte übersteigen. Denn er ist der heilige Gott der Liebe und des Erbarmens, der auch die Seinen zur Liebe bewegen will. Lasst zu, dass ich euch durch meine Liebesflamme immer näher zum Gott der Liebe und des Erbarmens führe. Das Licht meiner Liebesflamme wird euch dem Weg erhellen. Ich möchte, dass ihr Gott in der Natur, in den Schönheiten der geschaffenen Welt und auch im anderen Menschen erkennt. Ich segne und stärke euch im Guten und in der Liebe durch die Liebesflamme meines unbefleckten Herzens im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.